In dieser Podcast-Folge erfährst du von mir bzw. von dem lieben Philipp Sterzinger, wie du als Steuerberater einen richtigen, guten, erfolgreichen und authentischen YouTube-Kanal aufbaust und wie du es schaffst, ihn langfristig auch immer noch erfolgreicher zu machen. In der Steuerberaterbranche spricht jeder von Digitalisierung, Automatisierung und starken Veränderungen in der Zukunft. Experten und ihre Lösungen sprießen aus dem Boden wie Osterglocken im Frühling. Doch wie reagiert die Branche? Verunsichert. Wer kann jetzt tatsächlich weiterhelfen und vor allem wie? Unzählige zusätzliche Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft. Wie bewältigt eine einzelne Kanzlei all das ohne die wirklich richtige Beratung? Daniel Terversche ist innovativer Coach für Steuerberater und zeigt dir in seinem Podcast, wie es funktioniert. The New Generation Steuerberater. Wie Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter zu den Gewinnern im digitalen Wandel unserer Zeit gehören werden. Hör zu, fang jetzt an, deine Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Die Zeit ist reif. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge und heute mit dem one and only Philipp Sterzinger. Also ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder, der diesen Podcast hört, diesen Podcast hört, es ist schon spät, wie ihr gerade hört, diesen Namen schon gehört hat und damit was in Verbindung bringt. Philipp Sterzinger, ich stelle ihn einmal ganz kurz vor, ist Philipp Sterzinger und es gibt ihn nur einmal. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der annähernd ähnlich ist wie er. Jeder, der ihn kennt, wird das bestätigen und wird mit einem Lächeln jetzt gerade nicken dann dabei. Und alle, die jetzt total neugierig sind, wer denn dieser Typ denn wohl ist, möchte ich gerne einladen, dass Philipp sich einmal kurz selber vorstellt. Ich bin gespannt, was er jetzt über sich selber sagt. Hallo, liebe Zuhörer, hallo, lieber Daniel, danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Philipp Sterzinger, ich bin 40 Jahre jung und du hast es schon ziemlich gut beschrieben. Also ich bin aktuell Mitarbeiter in einer Steuerkanzlei als Systemadministrator und mache da alles außer Steuern. Das betreibt es so irgendwie, beschreibt es am allerbesten. Ja, ich bin im Bereich Coaching unterwegs, Technik, Digitalisierung, Automatisierung, aber meine stärkste Stärke sind Menschen. Menschen weiterbringen und Potenziale in Menschen zu erkennen. Ich glaube, das ist es, was mich ausmacht. Okay, kann ich bestätigen übrigens. Du hast ja, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem Dativ Barcamp kennengelernt. Und obwohl du mich vorher, ich dachte immer, wer ist denn dieser Philipp Sterzinger, der vieles kommentiert und viele Dinge mit dann da mit reinbringt. Aber da haben wir das erste Mal, glaube ich, mal ein oder zwei Sätze gesprochen. Ja, das stimmt. Das war so die erste physikalische Begegnung. Ja, stimmt. Ich bin dir bestimmt vorher schon einige Wochen oder Monate da auch gefolgt, weil ich gemerkt habe, dass du viele Dinge anders machst und ich mache auch viele Dinge anders. Und so Leute ziehen mich immer an, wenn sich einer traut, mal wirklich ein bisschen Wirbel zu machen in manchen Bereichen. Und das hast du ja von Anfang an gut gemacht, als du in diesen Markt eingetaucht bist. Ja gut, ich wusste ja auch nicht, wie man es eigentlich macht. Also deswegen war es vielleicht auch anders, weil es für mich einfach logisch war, weil ich ja so ein bisschen aus einer anderen Welt komme. Und da ist halt die Steuerberaterwelt halt manchmal vor ein paar Jahren noch, mittlerweile ist es anders, wie so eine eigenständige Blase halt irgendwie gewesen. Und mittlerweile viel offener geworden. Auch da tragen so Leute wie du auch sehr stark zu bei, das alles bunter zu machen, viel menschlicher noch zu machen, noch mehr die Individualität von Menschen noch mehr zu fördern und zu formen und nicht zu sagen, sowas macht man nicht als Steuerberater, dass all diese Sätze einfach auch der Vergangenheit, in die Vergangenheit gehören. Jedenfalls die, die du und wir, glaube ich, auch anziehen. Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, ich merke noch so ein bisschen so eine Zweiteilung in der Branche. Es gibt die, die wirklich so klassischer, der Deklarierer für Steuer sind und der Optimierer für irgendwelche Berechnungen. Die werden aber immer weniger oder sie sind wirklich so gut, dass man nicht an ihnen vorbeikommt. Also die haben ihren Expertenstatus in dem Bereich. Aber es werden immer mehr von denen, die sich menschlich zeigen, die sich verletzlich zeigen, die ihre Stärken zeigen, die ihr Team auch mal vor sich schieben und nicht immer selber im Vordergrund stehen. Und ich finde es beeindruckend, aber manche auch zu Recht im Vordergrund stehen. Also das soll auch gar nicht disfraktierlich sein. Ja, und der Wandel ist da seit einigen Jahren. Und ja, der Bereich, der jetzt gerade durch diese schöne Situation ist, schiebt natürlich auch die ganze Branche in diese Richtung, wo jeder vorher schon wusste, da müsste ich mal was tun und jetzt halt wirklich auch was tut. Ja, was tut, was getan hat. Und wir sitzen ja jetzt auch schon seit über einem Jahr in dieser Situation irgendwo. Was ich jetzt auch festgestellt habe, ist halt, erst war Technik und toll, wir machen jetzt Zoom-Calls und Teams und so war im Vordergrund. Und jetzt mittlerweile geht es wieder viel mehr auch darum, wie halte ich mein Team zusammen? Gibt es irgendwelche so Mini-Events oder irgendwas Zwischenmenschliches, damit wir auch als Kanzleiteam oder als Unternehmensteam irgendwie noch weiter zusammenfinden? Also sind viele Bestrebungen jetzt auch gerade dabei, weil die Technik jetzt gerade, finde ich, gar nicht mehr so häufig im Vordergrund steht, sondern eher, es menschelt vor allen Dingen immer mehr, weil uns das, glaube ich, auch allen ein wenig fehlt. Ja, sehe ich auch so. Wobei es gibt sicherlich noch viele, die die Technik brauchen, die noch nicht so weit sind. Ja, und sich dem aber auch noch nicht trauen, also das zu kommunizieren, dass sie da gerne Hilfe brauchen oder gerne Unterstützung möchten. Aber natürlich die, die so uns umgeben, ich sage mal diese Top 15 bis Top 25 Prozent in dem Bereich, die haben gut umgesetzt und da geht es wirklich um die Menschlichkeit, die fehlt oder mal um Mediation oder Kommunikation, sowohl, dass der Kunde mal einen schlechten Tag hat oder auch der Mitarbeiter nicht jeden Tag gleich hat. Und ja, da gegenseitig, man sieht sich ja nicht mehr physikalisch und dass man, wenn einer einen Durchhänger hat, er trotzdem auch Ansprechpartner im Team findet, dass er wieder zu seiner Energie zurückfindet oder dass da ein Energieaustausch auch stattfindet. Das ist sehr, sehr wichtig. Das stimmt. Und jetzt komme ich mal zu einer Sache, die eigentlich fast im Widerspruch erstmal da ist, wenn man die beiden Sätze sagt, und zwar YouTube und so sein, wie du möchtest. Ich nehme das mal, das eine auf der linken Seite, das andere auf der rechten Seite. Für viele ist es vielleicht nur ein Widerspruch, weil YouTube heißt doch Videos, Content, Konserve, Wissensvermittlung und was heißt das denn für dich? Ja, für mich heißt YouTube auch die Chance in der Krise oder auch überhaupt die Chance, mich zu zeigen, wie ich bin oder auch du als Steuerberater dich zu zeigen, wie du bist oder wie dein Team ist und ja, halt den Content da reinzuspielen, was du möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest. Das heißt, ich bin also nicht auf dem richtigen Weg, wenn ich jetzt der Fünfte bin, der halt darstellt, dass man irgendwie doch eine GmbH und CoKG gründen sollte, um Steuern einzusparen oder wie ein Leasingangebot für ein Auto sich errechnen lässt oder ich weiß nicht, was es da für ganz viele Videos gibt. Das ist nicht der Ansatz, den du da verfolgst? Nee, aktuell nicht, weil man merkt ja, wenn man da ganz viel Geld reinschiebt, kommt ein bisschen Geld raus. Für manche funktioniert das, aber für viele, die so Steuerberater und die klassisch im Einzelberatung und in der individuellen Form sind, funktioniert das halt leider nicht. Also ist so meine Erfahrung, da ein Video reinzustellen. Ja, für die Grundlage, wenn ich dann später Beratungen mache mit dem Kunden und es den Kunden unterstützt in der Ideenfindung, ja, aber wenn es nicht zu dir passt, nein. Also da bin ich ganz klar. Wir machen, ich mache mit einer Trainerin zusammen, mit der lieben Ariane Willikonski, wir machen einen Workshop im Rahmen der Rhetorik Masterclass und wer da teilnehmen möchte, da werden wir das ausgiebig besprechen, auch eine Strategie, die es gibt, was für Regeln YouTube hat, was Sinn macht, was keinen Sinn macht aktuell und nur weil es vor drei Jahren Sinn gemacht hat, da diese Videos zu machen, heißt es nicht, dass es jetzt noch Sinn macht. Okay, das zählt bei YouTube eigentlich ähnlich auch wie bei Instagram oder bei Facebook und anderen Medien, oder? Ja, jede Plattform hat so ihre Regeln, ihre Trends und ja, dem kannst du folgen, aber wenn du nachhaltig und langfristig, diese Wörter, die ja gerade schon von jedem irgendwie abgedroschen werden, Erfolg haben willst da, dann zeig dich so, wie du bist und dann ziehst du auch die Menschen an und die Kunden an und die Mitarbeiter vor allem an, die zu dir passen. Ganz genau und jetzt sagen einige, okay, die Folge haben wir ja jetzt auch, wie du den erfolgreichen YouTube-Kanal oder langfristig YouTube als Steuerberater nutzen kannst. Jetzt haben wir natürlich viele, die sagen, oh Gott, ja, per Zoom setze ich mich dann vor die Kamera oder per Microsoft Teams oder BlueJeans oder whatever, aber jetzt ein Video aufzuzeichnen, was bei YouTube jetzt dann dargestellt wird und dann weiß ich noch nicht mal, was ich sagen soll und wie ich das sagen soll und wie schneide ich das denn und wie macht man einen YouTube-Kanal? Kannst du denen die Ängste nehmen und kannst du denen mal einen tollen Tipp verraten, was die jetzt genau tun sollten? Ja, das kann ich. Also genau, das sind ja die Menschen, die da in diesen Kurs bisher immer reingekommen sind. Wir haben den Kurs schon zweimal direkt gemacht, einmal als Beta-Kurs mit Freunden und Bekannten und das Ergebnis ist immer das, sich vor der Kamera zeigen, ist wie Autofahren lernen. Also die erste Fahrstunde, die hat bei keinem so richtig tollen Eindruck gemacht, dann hat nicht so toll geklappt. Die zweite und dritte ging dann schon besser und wenn man dann mal fünf, sechs Jahre Auto gefahren ist oder eben 50, 60 Videos mal produziert hat, da kommt man da einfach rein. Das ist ein Learning, ja auch wie irgendein Fachberater, da machst du eine Ausbildung, am Anfang ist es schwierig und dann wird es leicht. In unserem Kurs ist es kein klassischer Online-Kurs, wo man sich Videos anguckt, sondern das hat so einen Workshop-Charakter. Jeder gibt sich ein Ziel für diese Woche, wir machen eine Woche Workshop und ja, da gehen wir individuell auch die Bedürfnisse des Einzelnen ein. Jeder hat da andere Themen, wir holen jeden da ab, wo er ist und unterstützen, dass er selber ins Tun kommt und ich habe da ganz viel Expertise mit der lieben Ariane an meiner Seite, die ist Sprech- und Stimmtrainerin, Rhetorik-Trainerin, schult da auch Führungskräfte, mit dem, was man sagt, wie man wirkt, wie man wahrgenommen werden möchte, ist da mit Porsche verbandelt und mit anderen großen Firmen und die hat für mich der absolute Stimmfluencer, die auch sagt, wie ich denn meine Stimme einsetze, die richtigen Worte finde, mich da präsentiere professionell, spreche vor der Kamera, ich mache den technischen Part dazu, also was braucht es, wenn du nur ein Handy hast, wie stellst du dein Handy ein, ja, wie baust du so eine Kanalstruktur auf, erst mal Videos produzieren und dann in die Struktur bringen, ist da ein ganz guter Weg, zu sagen, was passt denn inhaltlich zusammen, wo gibt es Verknüpfungspunkte, dann gehen wir aufs Marketing ein und nehmen da die Angst so ein bisschen in ganz einfachen Schritten, wie machst du einen Redaktionsplan, was ist dir wichtig im Marketingbereich, welche Wörter verwendest du, welche Sätze schreibst du unter deine Videos, damit auch die richtigen die anschauen, ja, und das ist so ein Überblick über die eine Woche. Okay, und wann beginnt diese Woche? Diese Woche beginnt am 9. April und geht bis zum 16. April, beginnt bewusst am Freitag, da machen wir so Mindset und Begrüßung und Kurs, Info, Vorbereitung, damit wir am Wochenende dann uns als Trainer abstimmen können und Montag optimal starten können, auch für jeden Einzelnen. Okay, und wenn ich dann diese Woche vom 9.4. bis zum 16.4. gemacht habe, wo stehe ich denn am Ende des Kurses, wenn ich mich natürlich mit einbringe? Das ist natürlich die Voraussetzung. Genau, das individuelle Ziel muss natürlich jeder für sich selber wählen, aber du hast ein Grundgerüst, wie du, ich sage mal, ein Thumbnail machst, wie du einen Kanal anlegst, wie du da deine Inhalte reinbringst, wie du die aufnimmst und hast die ersten Videos schon gedreht. Also Ziel ist wirklich, dass du ein paar Videos drinnen hast in deinem Kanal und das dann eben mit deinem Umfeld, auch mit deinen Mitarbeitern, mit Freunden, mit Kunden abstimmst, wie die Wirkung ist, ob das für dich passt, damit du nicht zu lange in die falsche Richtung fährst. Das ist beim Führerschein ja auch so, wenn du zu lange in die falsche Richtung fährst, fährst du wieder weit zurück und dann für einige wird sicherlich auch die Erkenntnis sein, dass YouTube jetzt kein klassisches Marketinginstrument ist, um da neue Einkommenssteuerfälle zu generieren, sondern halt wirklich Bindung aufzubauen oder Bindung zu halten mit bestehenden Kunden oder auch mit neuen Kunden. Und ja, wird spannend, was die Ergebnisse dann für jeden Einzelnen sind, aber garantieren können wir, dass du einen Kanal hast und was drinnen ist und du weißt, wo du da hinfahren möchtest. Okay. Sind denn schon mehrere Steuerberater auch in dem nächsten Kurs mit dabei? Weißt du das? Oder weil es sind ja, da kann ja jeder mitmachen, richtig? Genau, ausgerichtet ist er für Unternehmer und natürlich auch Steuerberater. Wir hatten schon zwei Steuerberater, die dabei waren und einen Buchhalter, der dabei war, die da auch ganz glücklich mit sind, die da ihre Schritte gegangen sind und auch dann danach Online-Produkte auf einmal entwickelt haben, weil sie sich dann auch getraut haben vor die Kamera und halt weiterführend über YouTube hinaus jetzt das Medium ganz anders nutzen. Ja, und auch andere zu uns wieder schicken, also tolle Empfehlungen machen. Im aktuellen Kurs haben wir noch keinen Steuerberater drin, soweit ich das weiß. Aber haben einige Unternehmer, ein paar Schauspieler noch mit dabei und ja, also wird eine spannende Runde und ich denke, das ist auch so das Geheimnis davon, da wir maximal 25 Teilnehmer haben, ist es groß genug, dass es genügend Inhalt gibt, was einen weiterbringt und klein genug, dass man auch jede noch so einfache Frage stellen kann und sich trauen kann. Also es geht nicht so unter wie in so einer Riesenhalle, wo man dann sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das die anderen interessiert, sondern dass wir wirklich jeden individuell da abholen, wo er ist. Okay. Ja, ich mag das. Also nur übrigens, kann abschreckend sein, kann auch vielleicht ein Grund sein, mitzumachen. Ich bin dieses Mal auch dabei, als ganz normaler Teilnehmer. Keine Ahnung, ob dir das jetzt hilft, Philipp. Doch, ich finde schon. Danke, dass du da mitmachst. Sehr, sehr spannend. Ich mag ja so Herausforderungen und du bist ja in dem Bereich schon relativ fit, aber danke für dein Vertrauen, dass du uns schenkst, dass du mal reinschaust, wie wir arbeiten. Sehr, sehr gut. Ja, ich will gar nicht wissen, wie ihr arbeitet, sondern was ihr mir noch beibringen könnt. Da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge mit dann dabei. Also von daher, ich mache das schon auch daher, damit ich dann auch aufgrund eurer Expertise was mitnehmen kann. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass es da auch viele andere Menschen gibt, nicht ausschließlich nur Steuerberater. Nicht, dass ich Steuerberater nicht mag, ich glaube, sonst würde ich den Job nicht machen, aber ich finde dieses Interdisziplinäre einfach grundsätzlich spannend, weil ich glaube, es macht mehr Spaß mit verschiedenen Menschen, die gewisse Dinge teilen, auch Werte und Motive teilen, was zu tun zu haben, als wenn immer nur das Fachliche da im Vordergrund steht. Und deswegen, wenn du schon wieder sagst, so Schauspieler sind mit dabei und andere Berater, freue ich mich schon wieder darauf, welche Menschen ich wieder kennenlernen darf. Ja, sehr, sehr gerne. Also finde ich auch schön. Wir haben aber auch sehr viel Klarheit da drinnen. Wir merken auch, ob einer jetzt passt und in die Gruppe passt oder so ein Gruppentyp ist. Und das sehen wir ganz schnell aus auch. Also der kann, wenn er möchte, natürlich die Inhalte weiter nutzen, aber wenn er sich dann in diesen Gruppensessions nicht einbringen möchte oder kann oder wie auch immer, sind wir auch relativ klar. Also da haben wir auch schon einen Mal entfernt, der halt nicht gepasst hat. Und es war für beide Seiten auch wichtig zu erkennen, dass der was anderes gesucht hat und sich was anderes von dem Kurs versprochen hat, nämlich, dass wir für ihn Videos aufnehmen. Und ja, also das ist es definitiv nicht. Okay. Ja, das sollte auch so sein. Ich glaube, genau diese Erfahrung sollte jede Steuerkanzlei für sich haben und das auch feiern, wenn manche Mandanten wieder gekündigt werden. Ähnlich ist es bei uns auch. Wir haben auch Steuerberater schon gehabt, die haben wir nachher wieder aufgebordet. Also dass wir gesagt haben, nee, das passt gar nicht. Also das sollte jeder für sich auch immer wieder nutzen, weil auch das befreit, vor allen Dingen, wenn da manche Leute dabei sind, die sich was ganz anderes vorstellen. Das nervt auch die anderen Teilnehmer, muss man auch dazu sagen. Im 1 zu 1 geht es manchmal durch ein klärendes Gespräch, aber wenn viele andere dabei sind, ist es halt schwierig. Ja, wir wollen ja auch diese Energie da im Raum haben oder in unseren Reihen haben, damit auch das Workshop-mäßig abläuft und jeder was tut und ins Tun kommt und eben nicht nur den Frust ablässt, das darf natürlich auch sein, aber dann wirklich konstruktiv Fragen auch stellt, sagt, hey, ich hänge an dem und dem Thema und wenn sich Gleichgesinnte auch innerhalb dieser Gruppe treffen, das hat man beim letzten Mal so toll, wo dann einer gesagt hat, dann zeige ich euch das nochmal und wir als Referenten eigentlich komplett raus waren, weil es um ein Randthema gibt, was jetzt nichts mit YouTube zu tun hatte und auch da die Unterstützung untereinander halt einfach so ein Turbo ist für diese Woche, um voranzukommen. Ja, sehr cool. Dann lass uns mal kurz überlegen. Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, was jetzt noch natürlich fehlt, ist, wenn jetzt andere Menschen, die zu dem passen und die wir jetzt noch nicht abgeschreckt haben, sondern die sich davon angefühlt, angezogen fühlen. Erstens, was ist der Invest für diesen Kurs? Also der Invest ist 259 Euro. Das ist so unser Standard-Kurspreis, was wir so jetzt festgemacht haben, dass die Verbindlichkeit auch da ist, dass die Menschen kommen und das wirklich umsetzen. Ja, wir hatten das letzte Mal zu einem günstigeren Preis und haben eine das ja gar nicht teilgenommen und das fanden wir einfach schade und wir wollen, dass die Plätze, die wir haben, auch wirklich sinnvoll belegt sind und ja, der Gegenwert ist, du hast dann auch wirklich die Lektionen, die behältst du auch bei, die wirst du auch später quasi darauf zugreifen können, wenn du merkst, okay, ich bin der vor der Kamera, das mit der Technik habe ich nicht so verstanden, aber ich habe jemanden im Team, dann kannst du gerne diese Teile halt auch oder diese Lektionen jemandem aus dem Team zeigen, der das versteht und für dich umsetzt und du stehst vor der Kamera und präsentierst und ja, oder auch mit einem Dienstleister, wie auch immer. Also da finden sich verschiedene Wege. Manche kommen auch auf uns direkt zu und sagen, da brauche ich nochmal Nachhilfe dann nach dem Workshop-Kurs auch gerne. Ja. Okay, das heißt, ich sollte dann selber, wenn ich dann teilnehme, jemanden da mit, also erstmal den Kurs selber machen, weil es halt nicht nur das Technische ist, sondern vor allen Dingen auch das Gefühl dafür zu entwickeln, das Medium zu verstehen, den Sinn und den Nutzen für sich zu entdecken und ich kann aber genauso wie bei einer Kanzlei dann gut Leute haben, die eine gewisse Expertise haben, die dann manche Randartikel, ja, Randartikel sag ich schon, also Randbereiche dann mit übernehmen oder technische Bereiche, konzeptionelle Ausstattungsbereiche oder sowas. Genau, aber der Standard digitale Steuerberater, der da schon fit ist, kriegt das auch alleine hin, ja, also wer ein Handy bedienen kann, ein Smartphone, der schafft es, ja, also ganz klar. Ein paar Zusatzsachen gibt es, klar, grafisch ist auch nicht jedermanns Sache, ja, weißt du selber, nicht jeder kann ein Logo da einblenden, richtig und wie auch immer, aber es ist zu schaffen, wir geben Tools an die Hand, die auch einfach zu bedienen sind, auch Videoschnitt, die eine Teilnehmerin vom letzten Kurs hat gesagt, okay, ich habe mich wochenlang mit YouTube, mit Videoschnitt beschäftigt und die Lösung, die ich dann gezeigt habe, hat es in einer Minute verstanden und in zehn Minuten umsetzen können, kommt man mal wirklich auch auf die Auswahl des richtigen Tools an und dann halt bis zu einer gewissen Grenze, wenn du halt gewisse, ja, sagen wir mal, Spezialeffekte oder sowas willst, dann wirst du auch dich weiter beschäftigen müssen, das geht in einer Woche ja gar nicht. Ich meine, Cutter ist ein Beruf, den man in drei Jahren erlernen kann. Ja, es ist ja auch so, das merkt man ja auch bei den Influencern bei YouTube oder sowas, es muss ja nicht perfekt sein, also wie viele Leute haben es dann, die haben noch ein nicht aufgeräumtes Bett im Hintergrund und nicht die 4K hochauflösende Kamera und die Videos werden dann trotzdem häufiger angeschaut, als sie, ich nenne es jetzt immer diese Hochglanz-Videos, ähnlich wie eine Hochglanz-Broschüre mit ganz tollen Bildern, aber am besten nicht authentisch, weil sie von anderen Stockfotos oder Stockvideos genutzt werden und das macht es ja nicht aus, sondern auch Menschen, die bei YouTube sind, die wollen gerne auch andere Menschen sehen und erleben, auch mit gewissen nicht perfekten Dingen und deswegen macht das absolut Sinn, dass man da nicht direkt in Schönheit stirbt, sondern einfach anfängt. Ja, sehe ich ganz genauso und wirklich, man zeigt sich da im öffentlichen Raum, das heißt, man zeigt sich auch verletzlich, es wird auch Kommentare geben, aber auch das, da werden wir drauf eingehen, wie gehe ich denn mit so Art von Kommentaren um, was kann ich daraus lernen, wie kann ich besser werden oder halt auch mich abgrenzen lernen von solchen Kommentaren und dass die gar nicht gegen mich selber gehen, sondern die halt von innen aus als Projektion auf mich gelegt werden ja, also auch das ist eine Erfahrung daraus, im öffentlichen Raum da zu agieren und Freude zu haben für die, die es anschauen und wirklich dann zu dir kommen, das sind die Richtigen und die anderen, ja, die gibt es auf der Welt ja so auch, du magst ja auch nicht, wenn du mit dem Bus fährst, die 50 Leute, die mit dir mit dem Bus fahren. Ja, das stimmt, manchmal hat man tolle Begegnungen und bei manchen ist man einfach froh, wenn man sie den Rücken zuwenden kann, so ist das nun mal im Leben. Okay, Philipp, sehr cool, danke für den YouTube-Teil, wir werden die Adresse, ich nenne sie jetzt nochmal, das ist rhetorik-masterclass.de werden wir auch in den Shownotes nochmal mit aufführen, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, vor dem 9.4., dann ran an den Speck, schauen, ob noch ein paar Plätze frei sind oder einer wird dann ja reichen und wenn es dann danach ist, wie geht es dann da weiter, Philipp, hat man dann die Möglichkeit, nochmal irgendwann daran teilzunehmen? Ja, also wir machen den Workshop zweimal pro Jahr und dann wird es wieder einen Termin geben, den nächsten kenne ich jetzt noch nicht, ich denke mal irgendwann, September, Oktober wird er wieder sein, aber kann man dann gerne auch, da gibt es sicherlich auch eine Info auf der Webseite, wo man es abonnieren kann und ansonsten gerne auch bei mir melden, auf Social Media oder wo auch immer ihr mich findet, da gibt es Wege, den Philipp zu finden ja und dann kann ich gerne die Termine auch weitergeben und ja, später einsteigen macht glaube ich nicht viel Sinn, weil der Inhalt der Lektionen, das macht es nicht aus, sondern das gemeinsame Erstellen, Erarbeiten und diese Gemeinschaft macht diesen Kurs aus. Wunderbar, das hört sich gut an, ich freue mich schon drauf auf den 9.4., auf den Freitag und hoffe, viele Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast dort auch zu sehen, viele kenne ich ja persönlich auch und ja, wunderbar, vielen Dank, dass du der Gast warst in der heutigen Folge, das war jetzt das erste Mal, dass wir zusammen einen Podcast aufgenommen haben, du hast ja schon auf dem Steuerberaterfestival bei uns auf der Bühne gesessen und da möchte ich auch noch ganz kurz drauf eingeben, du bist ja sogar mal einmal, als ich gefragt hatte, als wir unser neues Videostudio einrichten wollten, bist du von, aus Franken, unter Franken, wie du mir vorhin gesagt hast, extra nach uns in der Frieden ins Winterland gefahren und hast mir das alles gezeichnet, das war ein richtig toller Tag, weil wir haben uns eine Viertelstunde über das unterhalten, warum du eigentlich gekommen bist und den Rest des Tages haben wir eigentlich uns festgequatscht und da sind viele Dinge dabei gewesen, die du mir noch mitgegeben hast, die ich beherzigt habe, die ich, egal ob es beim Buchschreiben war oder ob es auch in, ja, manchmal ist es ja auch recht spirituell, das darf man glaube ich sagen, mit dir auch zu sprechen und zu reden und das hat mir ganz viele Tore weiter geöffnet und aufgestoßen und ich freue mich darauf, das noch weiter mit dir durchführen zu dürfen. Sehr, sehr gerne, da freue ich mich und da sage ich auch gerne noch was dazu, das ist so eines meiner Talente, wirklich auch rauszukitzeln, was sind denn die nächsten Schritte meines Gegenübers, wo hat er denn noch Potenzial und das aber auch klar und ehrlich anzusprechen und ihm die Möglichkeit zu geben, möchte er da weiter was tun und sich entwickeln oder nicht und, ja, das macht einfach Spaß und für mich war es toll, auch mal dein Team zu erleben, wie die wirklich in New Gen ticken und wie die gemeinsam arbeiten und dass ihr wirklich diese Werte, die ihr euch da draufschreibt, nicht nur irgendwo draufschreibt, sondern auch das Team, die lebt, das war ganz spannend, das zu spüren, wie ihr miteinander umgeht, wie dieser Umgang gelebt wird und dass da wirklich von dir die Werte auch da sind, die du da draufschreibst oder die ihr gemeinsam, wie auch immer, das weiß man ja oft nicht, wer diese Broschüren entwickelt und es war ein sehr, sehr angenehmer Tag, auch gemeinsam, dass wir Mittag essen konnten zu der Zeit damals noch, war mega schön und, ja, auch nochmal Danke an dein ganzes Team und, ja, ich freue mich auf ganz viele Zuschauer, die in den Kurs kommen oder auch nicht kommen, denn auch die Entscheidung gegen so einen Kurs finde ich auch okay. Alles klar. Die ganze Welt können wir ab dem 9.4. noch nicht davon mitnehmen, aber es werden immer mehr werden, davon sind wir überzeugt. Wunderbar. Philipp, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge, lieber Hörer. Ciao, ciao. Das war nur ein kurzer Einblick. Exakt auf deine Situation zugeschnitten, können wir gerne ein Erstgespräch vereinbaren. In dem Gespräch wirst du erfahren, ob und wie wir dich in deiner Situation unterstützen können, damit auch du schon sehr bald zu den Gewinnern im digitalen Wandel gehörst. Besuche jetzt unsere Seite auf www.kanzleistratege.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir deine Potenziale, deine Engpässe und deine Ziele besprechen und dir sofort echte Mehrwerte mitgeben. Mach dir eins bewusst. Durch unsere New Generation Community mit anderen Kanzleiinhabern und durch unser professionelles Coaching-Team wirst du viel schnellere und viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du alles alleine umsetzen müsstest. Du hast noch Bedenken, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Du möchtest erst noch andere Projekte abschließen. Du meinst, du bekommst das alleine hin. Du hast so viel zu tun, dass du meinst, du kannst das alles eh nicht umsetzen. Falsch, 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 falsch. Warte nicht. Verliere nicht weiter wichtige Lebenszeit. Sichere dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch unter www.kanzleistratege.de Durch unser Coaching verschaffen wir dir mehr Zeit, passende Mitarbeiter, Struktur, Gelassenheit, Spaß an der eigenen Kanzlei. Finde keine Ausreden, gestalte mit uns deine Zukunft. Leg jetzt los!